Gib mir das, BroFive! Gute Gründe, warum ich, äh, ich geh jetzt erstmal ganz kurz hier unten runter, ähm, wir sind auf dem neuen System, es hat zwei Monate gedauert seit der letzten Aufnahme und ich glaube, es ist sogar ein bisschen mehr Zeit jetzt noch vergangen, aber ich guck hier nur ganz kurz rein, also hier gibt's jetzt keinen Skip, ich will nur ganz kurz gucken, wie viel der Helm kostet, Arcanium kostet 8000 und wir haben 8000, warum hab ich keinen Arcanium Helm gekauft? Ich kauf den jetzt, wir nehmen den jetzt erstmal ohne, oder? Machen wir da was rein? Maximale Rortengröße, hm, wir haben ja eigentlich genug Schergen, oder? Aber ich weiß jetzt nicht, nee, ich lass das jetzt erstmal, ich will jetzt einfach erstmal, ja, ist egal, maximale Rortengröße brauchen wir jetzt nicht, ähm, wir sind jetzt nicht, Wir sind im neuen System, wie du siehst, und, äh, es sollte jetzt alles ein bisschen flüssiger, ein bisschen hübscher sein, eventuell gibt es sogar schon 4K, ich weiß es nicht, ähm, weil ich das erstmal ausprobieren muss Dies ist eure Waffenkarte, ja, das weiß ich doch alles genau, ihr könnt ihr Rüstungen und Waffen... Ich hab die alte Folge jetzt noch gar nicht gesehen, ich war jetzt zwei Monate nicht im Spiel und bin jetzt gerade ganz neu wieder drin Ah, es gibt so viel, was ich dir erzählen will, wir gehen jetzt in die ruborische Wüste, als allererstes Denn Da waren wir zuletzt Beteuerung funktioniert noch Hier, was ist eigentlich unsere maximale Rortengröße? 35, alles klar Dann schicke ich hier mal 15 wieder ein Ich glaube, wir können sogar noch mehr hier wieder rein schicken 15 von denen 5 von denen Hm, 5 von denen Rote sind hier, glaube ich, gar nicht so schlecht dabei zu haben Ups, das war eine zu viel, ist egal So, jetzt will ich mich aber mal konzentrieren Es ist das komplett neue System, es hat ewig lange gedauert und du musstest so lange warten und ich musste so lange warten, aber jetzt ist es endlich da Und ich gucke jetzt gerade mal hier unten kurz auf meinen anderen Bildschirm, der jetzt nämlich auch ganz neu aufgebaut ist Und wollte einfach mal... Sag mal, mach dir doch mal kaputt Ähm... Ah, nein! Das war so wie gemeint Hatte ich das irgendwie ausgewählt? Ich habe mich dahin fokussiert Hallo, das will ich So Klappt ja gut, geht ja alles wieder gut los hier So, ich wollte bloß mal genau gucken, wie viel meine arme kleine CPU hier gerade zu kämpfen hat Ich würde sagen, wir... Ich habe einen Vorschlag Wenn ihr Jule findet, tötet sie nicht Was? Das kleine Galgenvögelchen weiß eine Menge über diese Gegend Nehmt sie gefangen Vielleicht kann ich sie überzeugen, uns ein wenig zu erzählen Hm, ich habe das Gefühl Dass wir hier gleich ein Problem kriegen Ja, dachte ich es mir doch Kommst du her Ich hatte mir schon gedacht, dass hier irgendwie so eine Scheiße abgeht Der frisst nämlich garantiert uns hier runter Also der frisst unsere Schergen da runter Und das möchte ich nicht gerne riskieren Ja, und ich komme wieder mal nicht zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte Aber das ist auch nicht so schlimm Hier haben wir doch einen Käfer Aber haben wir hier auch Nester Ich wollte eigentlich, ähm, das ein bisschen intelligent anstellen Und den Wurm vielleicht gleich töten, falls das geht Das müsste ja gehen Oh, guck mal, hier ist noch eine Kiste Ja, und ich komme wieder nicht zum Erzählen Wir können jetzt ein bisschen länger aufnehmen, hoffe ich Und, ähm, ich wollte eigentlich sehr viel erzählen bezüglich des Lauf, lauf, lauf Ich bin mal gespannt, ob der, ähm, ups, da lang Na Ob das Ei lange genug hält, um den quasi hier einmal raufzulocken Lauf Na also Wir können den Wurm töten Und das machen wir auch Ich wollte eigentlich viel mehr erzählen Verdammt Nochmal Ah, ja, ok Aber ich komme gleich dazu Lass mich jetzt erstmal ganz kurz hier das mit dem, äh, mit dem Schergen und dem Ei machen Ne, das sind Larven, ne Jetzt erkenne ich das erstmal hier auf meinem schönen neuen 4K-Bildschirm Haha Ich muss sehen, ob ich es nachher hin kriege, wollte ich sagen Nämlich, äh, ich hab komplett alles neu Ich hab ein neues Aufnahmeprogramm Ich hab einen neuen, ähm Ne? Ah, er greift sich gleich den größeren, das ist auch gut Stirbt er jetzt auch schon daran, oder braucht er noch einen dritten? Ja, er stirbt, sehr gut Oder? Ich schick mal probehalber einen auf Okay, wir brauchen noch einen dritten So, ähm Ich hab ein neues Aufnahmeprogramm Ich hab ein, äh, komplett neues System verübe, das ich jetzt gerade aufnehme Ich bin froh, dass es geklappt hat, den Speicherstand zu übertragen, weil das nämlich auch noch, ähm Ups Falsche Taste Weil das nämlich auch noch so ein Ding war, dass es fast nicht geklappt hätte Ich hatte mich anfangs ein bisschen dämlich angestellt, beziehungsweise mein alter Computer Uuuuuh Ja, schön Feuer tut ihm nicht weh Kommst du raus? Doch Nein, nein, nein Ja, schön Er ist tot Also, er hat schon wieder jemanden getötet Es könnte ja alles nochmal ein bisschen anders laufen Also, ich habe ein komplett neues Aufnahmesystem Ich habe, ähm, vor allen Dingen ein neues Aufnahmeprogramm Ich nehme jetzt über OBS auf Was diverse Gründe hat Unter anderem, dass ich einfach viel mehr Einstellungsmöglichkeiten hatte Gehst du dem mal bitte nach, danke So Ich bin gespannt, ob der jetzt stirbt Jetzt mit dem dritten Ja Er hat ihn Ich weiß gar nicht, ob man diesen Brum hier töten kann Oder ob das hier mit den Plattformen einfach so gedacht ist, dass man ihn gar nicht Dass man ihn gar nicht töten kann Weißt du, was ich sagen will? Ne, es macht offenbar das Rätsel kaputt Na gut Dann müssen wir das irgendwie so regeln, dass wir mit unseren Schergen zusammen hier rüber rinnen Ja, mach ich Das ist ja jetzt doof, wie der Zeit verschwendet Aber ist nicht schlimm, weil wir haben ja jetzt mehr Zeit Also wir haben ja Aufnahmezeit Neue Schäfchen Es ist so schön, neue Achte zu sehen, neue Leute zu treffen Ja, zwischen die Augen Hallo? Jetzt greifen die die Schafe an und nicht die nirgends Ups Warum? Nein Den hab ich nicht kommen sehen Den hab ich nicht kommen sehen Es läuft alles wieder perfekt So, neues Aufnahmesystem Ich komm schon wieder nicht zu erzählen Wie immer Ähm, das bedeutet aber auch Dass es hier Lebensenergie gibt, die ich dann haben möchte Und wir haben wieder Kaffee Gibt es hier irgendwo Schergennester? Weil wenn nicht, müssen wir sowieso zurück Na Oh, ein Objekt Ich mag Objekte Ach was So Ähm Seid ihr jetzt so doof und rennt hier unten lang? Seid ihr so doof? Ihr seid so doof Ich hoffe es läuft alles gut Wir haben den Wurm hier offenbar getötet Also offenbar macht er uns gerade keine Probleme mehr Wir sichern auf jeden Fall dieses Objekt Ich guck immer hier runter, weil ich ähm Jetzt hier unten sehen kann, wie lange ich in der Aufnahme bin Und wir haben schon wieder 10 Minuten hier verschwendet Aber wir machen ein bisschen länger weiter Also wir machen ein bisschen länger heute zur Feier des Tages Dass wir wieder da sind Also dass wir wieder im Spiel sind Und dass ich wieder aufnehmen kann Ich bin jetzt gerade einfach mega happy 15 Minuten hier Ne 20 Die Grünen brauchen wir gar nicht Hier So wir sind wieder voll ausgerüsteten Schergen Haben mehr Energie Also Lebensenergie Für uns selbst Und deshalb Ähm Geht es jetzt Mal dorthin, wo die uns eben hinführen wollten Ich ähm Muss nachher gucken Wenn ich nämlich Ich nehme aktuell in 4K auf Und mit meinem alten Aufnahmeprogramm Äh Quatsch Mit meinem alten Schnittprogramm Das ist HitFilm 3 Express gewesen Mittlerweile habe ich HitFilm 4 Express installiert Was mir allerdings nicht gestattet In 4K zu rendern Na kommst du raus? Kommst du raus? Ihr hört uns doch hier Wir machen jetzt Augen zu und durch Wir rennen jetzt einfach hier rüber Oder renne ich hier oben lang? Ich glaube ich renne hier oben lang Weil hier oben ist ja noch irgendwas Hier oben sind noch Kisten Und ähm Das ist nicht schlecht Weil wir jetzt wieder neue Schergen haben Die sich jetzt mal ausrüsten müssen Sehr gut Sehr gut Das müssen wir auf jeden Fall machen Weil wir die Hier in dieser Gegend Die Schergen mit den dicken Waffen brauchen Wo rennt ihr jetzt hin? Nicht irgendwie da unten auf den Sand rennen Da sind nämlich die Würfelchen drin Hier oben, das können sie noch Kaputt machen Ja, das gehört ihr Ja So, HitFilm 4 Äh Gestattet mir nicht 4K zu rendern Deshalb muss ich eventuell auf Äh After Effects zurückgreifen Was ich mir auch extra installiert habe Hier kommt mal alle hier vor Und jetzt kommt ihr alle wieder zurück Das hat auf einmal ganz gut funktioniert Schmeißen wir schon wieder mit Scheiß auf mich Sehr gut Da hinten rennt Juli Aber die werden wir wahrscheinlich Vom Spiel so vorgesehen Nicht Einholen können Und das Achso, wir haben ja jetzt den neuen Helden Sehr schön Sieht gut aus Ich hab da gar nicht drauf geachtet ehrlich gesagt Ich hab den einfach geschmiedet Und dann gar nicht äh Festgestellt, dass sich da irgendwas verändert hat Ah Schön ein Schergen lässt Das trifft sich ja gut Weil ich das ja vorhin nicht gefunden habe Ich glaube ich würde gerne hier rüber gehen Wenn die das zulassen Aber da drüben geht auch was kaputt Hm, und was ist das da hinten? Da steht ja auf jeden Fall Jule Wir gucken mal was die will Oder beziehungsweise ob wir sie erreichen Verdammt Ja, spring da rüber Achso Okay Hm, hm Was? Nein! Lass uns! Wir gehen mal ganz weit weg von dir Ist natürlich gut wenn ich sowas Ich wollte übrigens auch noch ein Schönes Video machen In dem ich mal richtig darüber rede wie Ähm Was es mit dem neuen System auf sich hat Was da drin alles verarbeitet ist Was, wo ist er? Hat er irgendwas gefressen? Das war ja, hat er glaube ich Das ist nicht weiter schlimm Das kann er ahnen Ähm, was hier alles verbaut ist im neuen System Das wollte ich alles gerne mal in einem extra Video festhalten Ähm, ich glaube das waren die Ninjas die das Verwockt haben Die sind hier andere Ähm, äh Äh Ihr könnt hier mal die Leutchen lassen Und ich mach hier die Platt Sterb, die scheiß Ninjas Der einzig wahre Ninjas ist der Overlord Ich bin sozusagen ein Overlord Ninjas Oh, das hat er bei Bums gehabt Da ist ein roter Ninja Ich weiß nicht Hat er mehr zu bieten? Uh, der wirft Bomben Weg hier Haben die den jetzt schon klein gekriegt? Oh, das ging ja schneller Haha, er hat sich den roten Schal von ihm umgebunden Ähm Ne, äh Das große Problem Also es wäre an sich kein Problem mit After Effects zu rendern Würde ich ohne weiteres machen Aber das große Problem, was ich damit habe Ist der schöne Augeneffekt Also eventuell ist es dir aufgefallen Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich ja jetzt mitten in der Aufnahmesession bin Und noch überhaupt nicht weiß, wie sich das Aufnehmen in, äh Quatsch, das das Schneiden und Rendern in Zukunft gestalten wird Ich kann nicht sagen, ob ich es hingekriegt habe, da die Augeneffekte noch so hinzukriegen Wie ich es auf dem alten System, oder besser gesagt mit Hitfilmen geschafft habe Muss ich zeigen Und eventuell gucke ich einfach mal Du kannst ja auch mal mitentscheiden und unten in die Kommentare reinschreiben Was hier jetzt wichtiger ist, falls der Augeneffekt jetzt nicht so geil war In der ersten Folge Ähm Aber da für die Aufnahmequalität viel besser ist Also quasi unten jetzt bei YouTube die Möglichkeit besteht 4K auszuwählen Oder auch 2K, ich weiß es nicht Mal gucken, was ich hier hinkriege Warum machen die das nicht? Na also Ähm Was wollte ich gerade sagen? Ja Also entscheide mal unten mit, was hier wichtiger ist Der coole Augeneffekt mit den Overlord-Augen Falls die jetzt irgendwie am Anfang nicht so schön waren Ich weiß es natürlich nicht, ob ich es jetzt doch mit Hitfilmen gemacht habe und der Augeneffekt der gleiche ist Das, ähm, schreibe ich einfach mal unten in die Videobeschreibung rein Und Hier würde ich ja gerne durch Kommen die hier durch? Irgendwie? Gibt es hier Käfer? Gibt es hier Eier von Käfern? Das wäre fantastisch Ja, da gibt es Eier von Käfern Wo gibt es denn die Käfer? Ich schicke jetzt einfach erstmal einen da hin Der kann dann hier lang rein Da ist ein Käfer Also müssen wir erst dieses komische Viehblatt machen, oder was? Oh, ist der schon tot? Fantastico Aber wir kommen hier nicht runter, ne? So Also schreib ruhig mal in die Kommentare überhaupt auch für die Zukunft, was dir jetzt wichtiger ist Nur für den Fall, ähm, dass es notwendig ist, das zu bestimmen Du kannst mir mal sagen, ist dir die Aufnahmequalität oder der Augeneffekt am Anfang jetzt wichtiger? Weil dann werde ich das dementsprechend Einstellen, beziehungsweise, ähm Komm, ich mach den jetzt zurück Na? Na also Sehr schön Mit dem Mana geht alles Und wir können jetzt da unten lang, nehme ich an Man muss sich hier natürlich wieder zurechtfinden und muss gucken, ähm, wie die Rätsel, die Wegerätsel zu lösen sind Ähm Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eigentlich notwendig war, oder ob das jetzt nur ein paar Schöpfe gibt Die wir nicht brauchen, weil wir schon voll ausgerüstet sind Wir haben ja schon die volle Rüstung und alles Ist jetzt nur ein Schatzkammer hier? Ist natürlich nicht so geil Na gut Eventuell brauchen wir aber die Käfer von hier für eine andere Barrikade, die wir wegspringen müssen Also von daher war es vielleicht nicht ganz so schlimm Ja, hier, guck mal Allerdings will ich erstmal hier oben gucken, ob das überhaupt irgendwas bringt Oder ob hier einfach bloß wieder Feuerschergenenergie gefarmt werden kann Sieht ein bisschen so aus, ne? Allerdings sind dort auch Ninjas Äh, das hilft ja nix Wir machen das jetzt platt Kann man da oben reinrennen? Nö Ich bin ja froh, dass die jetzt nicht alle kollektiv da reingesprungen sind Show Also Na, wir sollten ja nicht stehen bleiben Sondern uns ein bisschen hier hinter verpiesern So Da kann jetzt einer hinrennen So und du sollst da hinrennen Muss ich das jetzt von hier oben aus machen? Really? Na gut Hey, wir sind erst 19 Minuten in der Folge Ich hatte das Gefühl, wir sind viel länger drin Nice Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit Ich weiß gar nicht, ob ich heute überziehe groß oder ob ich, äh, diese Folge jetzt einfach Ob ich diese Folge jetzt einfach mal rauf So Genau Du legst das jetzt da Warum kommt der Käfer eben jetzt nicht hinterher? Warum kommt der Käfer eben jetzt nicht hinterher? Not really, oder? Not fucking really Na gut Also nochmal der Spaß Weil der Käfer es nicht geplant hat Übrigens eine sehr geile Sache hier bei dem neuen System war Dass als ich Overlord installiert habe, hat er mir erstmal gesagt Dieses System entspricht nicht den Mindestanforderungen Wo ich einfach denke, äh, doch weil, einfach weil Das, ähm, wirst du verstehen, wenn ich dir sage Was hier in diesem System alles verbaut ist Also unter anderem, ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor Für diesen einen, ähm, für dieses eine Video, was ich noch machen wollte Ja, stimmt, da komme ich auf jeden Fall noch drauf zurück Das erzähle ich dir noch Kommt, 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 kommt Na, haben sie es? Sehr schön Ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor, indem ich dir sage, was hier alles verbaut ist Also, was hier unter anderem alles verbaut ist Für ein anderes Video, was ich gerne ursprünglich ganz anders gestalten wollte Nämlich wollte ich ganz ursprünglich ein Video darüber machen, wie ich das neue System zusammenbaue Ähm, hatte ich auch angefangen Allerdings war es jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt jemals in meinem Leben ein System zusammengebaut habe Also ein Computer quasi mit Komponenten, die ich gekauft habe, zusammenbaue Und, ähm, das hat sich etwas schwieriger gestaltet, als ich ursprünglich angenommen habe Und deshalb habe ich irgendwann den ganzen Spaß einfach abbrechen müssen Die explodieren ja sofort Ich dachte, wir haben hier wie bei den Zwergen so eine kleine Geigenfrist, wo wir dann, wo wir dann noch ein Hand haben, aber offenbar das nicht so Manna und Lebensenergie nehme ich gerne Und er ist tot Und er kommt Aber auf jeden Fall ist das hier der Weg, den wir auch nehmen mussten Schön Achso, der macht hier nur ein Feuer aus Ähm Also unter anderem ist in diesem System ein i7 6950x als Prozessor verbaut Den habe ich noch ein kleines bisschen übertaktet Und zwar von einem Grundtakt von 3,0 GHz auf 3,7 GHz Also ist jetzt nicht mega doll, aber Ja, so ein bisschen mehr Takt wollte ich schon haben Ich hatte ja schon Angst schon wieder, dass der hier wieder mussten Ähm Ganz lightly übertaktet, sage ich mal Und äh Die Grafikkarte, die ich hier verbaut habe, ist ein NVIDIA GeForce Ne, ist es eigentlich GeForce? Ich weiß es gar nicht Auf jeden Fall ist es eine Titan X mit Pascal Architektur Ähm, ja 64 GB RAM Ich wollte ursprünglich Achso, jetzt sind wir das hier aufgemacht so schön Ich wollte ursprünglich 128 GB RAM hier verbauen Aller-dings ist das nicht zu wirklich Und äh Was hat er hier unheimlich viele kleine Idioten gemacht? Nein Okay, wir müssen erstmal die Ninjas aus dem Weg holen Weil die uns sonst hier weg brauchen Ah, hier sind noch ein paar goldene Waffen, aber die brauchen wir nicht Rette mal den, rette mal den anderen blauen Ja, ja, alles klar Ne gut Ähm, ich wollte ursprünglich 128 GB RAM hier verbauen Also ich, äh, hab sie auch nicht alle in der Hinsicht Muss ich auch ganz ehrlich zugeben Jeder, der sich ein bisschen mit Computern auskennt, wird sagen Äh, brauchst du nicht Brauchst du für gar nichts Ungefähr Und auch alle Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, sagen Brauchst du nicht Brauchst du für eigentlich gar nichts Das ist Overkill, was du da machst Und ich hab's auch irgendwann eingesehen Ich hab dann, ähm, beschlossen auf 64 GB RAM zu downgraden Ähm, was immer noch ein ziemlicher Overkill ist Aber bis 64 GB haben verschiedene Tests erwiesen Also verschiedene Benchmark-Tests Macht das sogar irgendwie Sinn Wenn du halt wirklich krasse Workloads hast Und, ähm, wenn ich jetzt mehrere 4, äh, 4K, äh, Videospuren verarbeite Dann macht das wirklich Sinn So, ich will erstmal die ganzen Ninjas hier übrigens aus dem Weg räumen Weil die uns sonst kind of freuen Ähm, wenn ich jetzt mehrere 4K Videospuren bearbeite gleichzeitig Oder, ähm, wenn ich Musik mache Was ich auch früher mal gemacht habe Und was ich in Zukunft gerne vielleicht mal wieder aufnehmen möchte Wenn ich jetzt mehrere Instrumente da reinladen will und so weiter Das macht schon Sinn, mehr RAM zu haben in dem Fall Für das einfache Gaming Für stupide kleine Arbeiten so, ähm, reichen Ist, ist 32 GB eigentlich schon so viel, also Was würde man lieber stehlen als das, was alle wollen? Ich verstehe zwar nicht warum Das Ding ist hässlich Wir konnten die Energie des Turmportals verstärken Aber nicht für lange Wenn ihr sie durch das Portal treiben könnt, hole ich sie in euren Turm Von dort kommt sie nicht Das ist gut Ich erinnere mich dieses, an dieses Rätsel vom letzten Mal Also als ich das Spiel schon ein paar Jahren schon mal gespielt habe Und ich habe hier extrem lange gebraucht, um es hinzukriegen Weil ich einfach zu blöd war, es zu verkehren, wie man es macht Oh, schön Immer viele gestorben Achso, achso, das waren schon zwei Ich hatte mich jetzt schon wieder geärgert Ähm, brauchen wir eigentlich diese komische Statue nochmal? Ich glaube nicht So, und zwar läuft die uns hier immer davon Wir müssen erstmal natürlich die Ninjas aus dem Weg räumen Weil, einfach weil, aus Gründen Das wirst du gleich sehen, warum das nötig ist Da drüben schmeißt einer Bomben Was ist das denn für ne Art So, ich kann ja aber mal weiter erzählen über das System, was ich eben sagen wollte Also 64 GB, da bist du schon gut davor Und ich hatte mich dann entschieden Ähm, wie der Overlord hier durch die Gegend geschleudert wird Ich hatte mich entschieden, ähm, zu downgraden, weil es natürlich viel günstiger ist Ähm, ungefähr, sagen wir mal, 400 Euro günstiger Ähm, 64 GB statt 128 GB zu verbauen Und diese 400 Euro habe ich dann mit einem kleinen Plus Also ich habe noch ein bisschen was draufgelegt Ich wollte nämlich ursprünglich einen anderen Prozessor hier reinbauen Und zwar den 6900K Ich kenne mich aber, ich bin so ein Alles-oder-nichts-Typ Und Ja Ich wäre unzufrieden gewesen Deshalb habe ich nochmal ungefähr 200 Euro draufgelegt Und habe das Geld, was ich beim RAM gespart habe Gespart habe, in den Prozessor gesteckt Und dann habe ich in die, in das absolute Flaggschiff von War hier oben nicht gerade noch einer? Von der Broadway-E-Serie habe ich rein investiert Und habe dann den 6950X gekauft Was eine gute Entscheidung war, weil ich damit sehr zufrieden bin Ist eigentlich kein Gaming-PC Weil er ist eigentlich eher für so, ja Große Anwendungen gedacht Also für, für Workstations Könnte man sagen Workstation ist halt, wenn du Viel Videos bearbeitest Oder eben, ja Irgendwelcher, ähm Irgendwelches 3D-Rendering machst Oder Spiele programmierst Was für mich in Zukunft eventuell auch noch interessant wird Ich möchte mal da zumindest ein bisschen rumprobieren Und mal gucken, was ich da so drauf habe Vielleicht ist es auch gar nichts für mich Ich muss das ausprobieren Es wird sich zeigen Warum heben die jetzt die Motorstatue an? Was hier ein bisschen nervig ist, dass hier ständig Ninjas aus der Gegend rausblicken Also aus dem... Ja, mach ich gleich Etwas zu haben macht viel weniger Spaß als etwas zu stehlen Wenn du das hast So, erstmal Schergenenergie wieder ein bisschen auffüllen Und ich bin hier alles abgelaufen Weil das Problem ist, dass hier überall Dass hier überall Drachenknochen sind Muss ich das erstmal kaputt machen hier? Ich glaube, das muss ich erstmal kaputt machen, oder? Weil ich glaube, dass sie da nachher durchrennt Das hier ist auf jeden Fall eine ganz blöde Stelle Man muss hier... Man muss hier... Wir sind jetzt gerade... Ah, aha Wir sind hier an einer blöden Stelle, wo wir viel vorbereiten müssen, bevor wir weiterkommen Da hinten war doch gerade noch eine Kiste Die machen wir erstmal auf Sehr schön Wir sind eigentlich am Ende der Folge Aber ich überziehe heute wieder ein bisschen als kleine Wiedergutmachung Dass du so lange warten musst Auf die nächste Folge Zwei Monate ohne Scheiß Und das liegt wirklich daran, dass ich... Moment... Kann ich das kaputt machen? Ne... Mist... Das liegt einfach daran, dass ich... Ja... Wie ich in der letzten Folge, glaube ich, schon mal sagte Für mich ist es zwei Monate her, dass ich das erzählt habe Deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade... Ja... Ich weiß gerade nicht, ob ich... Ah ja... Sehr gut Man muss hier nämlich immer dort, wo sie stehen bleibt Die Schergen einmal... Einmal einen Wegpunkt setzen Und dort halt nur einen Schergen stehen lassen Man rennt sie nicht zu dem hin Was natürlich ein bisschen ätzend ist Wenn man das so machen muss Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Man muss hier immer diese komischen Wegpunkte ausfindig machen, wo sie... Äh... Stehen bleibt Was? Warum? Warum hast du die denn jetzt nicht aufgehalten hier? Ich verstehe das nicht So... Hier wieder ein Wegpunkt Ne... Ich dachte schon Na? Und eine. So, so geht's gut. Sehr schön. Jetzt steht sie da hinten bei dem. Und ich verstehe nicht so richtig, warum sie da steht. Weil eigentlich sollte er sie angreifen. Sind die Schergen irgendwie nicht auf aggressiv gesetzt oder so? Wie mach ich denn das? Hm, so mach ich es nicht. Äh, eigentlich funktioniert das so. Hm. Hm, hm. Wie setze ich denn die Schergen auf aggressiv? Bin ich jetzt bescheuert oder so? Hätte sie jetzt angreifen müssen. Hm. Ich meine, also das letzte Mal hat es so funktioniert. Und ich meine jetzt zu wissen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wo steht denn sie jetzt? Steht sie jetzt schon wieder bei dem? Warum greift er sie nicht an? Vor uns läuft sie immer davon. Aber vor den Schergen irgendwie nicht. Versperrt ihr mit den Schergen den Wies? Das habe ich doch schon versucht. So. Ich renne jetzt hinterher. Schreibt sie mit euren Schergen weg, Herr. Das letzte Mal hat es funktioniert. Ah, ich glaube, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Und zwar, ja, klar, okay. Hier muss ich zumachen. Quasi, ähm, dass ihr hier nicht durchrennt. Ja, alles klar. So, hier kann einer stehen. Und man muss halt beobachten, wo sie langrennt, ne? So, wo rennt sie denn hier? Da oben? Was? Warum da oben? Willst du da oben, Mädchen? Rann sie jetzt hier unten lang? Los, los. Gut, dann positionieren wir euch hier. Und jetzt müsste er funktionieren. Also das war das letzte Mal echt ein Krampf, das rauszufinden. Hm. Gut, dann versuche ich es jetzt mal von der anderen Seite. Du verstehst, was ich hier mache, ne? Also was ich hier versuche. Nehme ich an. Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo... Wenn du mir sagst, wo sie ist. Ich verstehe das nicht. Hier ist sie nicht. Ist sie da? Wo bist du, Mädchen? Lass uns miteinander spielen. Ich bin der nette Overlord. Ich habe viele Schätze, die du stehren kannst in meiner Rüstung. Da ist sie. Warum rennt die jetzt da unten lang? Gut. Dann setze ich hier noch einen hin. Offenbar hält der sie nicht auf. Also setze ich hier einen hin. Gut. So. Und jetzt müsste sie ja da unten irgendwo sein. Eventuell können wir sie direkt hier durchtreiben. Hier machen wir auf jeden Fall noch zu. Kann ich den hier fokussieren? Ne, kann ich nicht. Aber dich. Dann brauche ich nämlich jetzt nicht extra noch einen neuen Wegpunkt setzen. Sondern kann den hier einfach reinsetzen. Und dann ist gut. Ja. Und du, mein Freund. Ich habe keine Ahnung, warum du da hinten stehst. Aber naja, du wirst es schon wissen. So. Mach ich jetzt hier noch zu? Ich glaube, ich mache hier nicht zu. Wobei sie rennt jetzt wahrscheinlich... Ja, rennst du jetzt da runter? Sehr schön. Dann mache ich hier nämlich jetzt auch noch zu. Eventuell steht sie jetzt da unten. Irgendwo. Ja. Sehr gut. Dann dürfte sie jetzt nicht entkommen können. Weil jetzt hier die ganzen Ausgänger blockiert sind. Ja. Sehr gut. Sie rennt da rein. Was? Gut. Unsere Wachen sperren sie in diesem Moment weg. Kommt zurück. Wenn ihr mit der Gefangenen sprechen wollt. Surprise. Ja, sehr gut. Dann werde ich jetzt mal in den Turm zurückkehren. Wir gucken uns die Cutscene an, die eventuell kommt. Und dann... Ja. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge mal hier. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Alles klar. Bis gleich. Oder... Quatsch. Bis gleich. Ich gehe jetzt erst nochmal hier in das Portal. Gott. Gibt es eine... Cutscene? Die junge Dame ist eingesperrt worden, Herr. Lasst mich gehen. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Und für wen ich arbeite? Nö. Lebhaftes Geschöpf. Ein paar Tage in meiner eisernen Jungfrau würden ihr gut tun. Halt. Sieh doch. Ich tue keinem etwas. Der Zauberer wollte, dass ich die Statue klaue. Keine Ahnung warum. Er hat sogar dafür bezahlt. Ha. Ich hätte es sogar umsonst gemacht. Stehlen ist meine Leidenschaft. Das ist Kahn. Er will mich holen. Ich möchte jetzt nicht an eurer Stelle sein. Diesem Krieger gefällt es gar nicht, dass ihr seine Freundin gefangen haltet, Lord. Er hat Rauschingen angegriffen. Ihr müsst ihn stoppen, bevor er all eure Anhänger tötet. Sie ist wirklich frech. Okay. Wie meine Schwester. Nur, dass sie ein Talent hat. Euch zum Grüßen. Ja, also, wir haben also in der nächsten Folge direkt wieder ein Bossfight gegen Kahn. Das wird interessant. Und. Loser, mächtiger Overlord. Ach ja, hier war ja der kleine Futzi wieder. Egal. Wir machen in der nächsten Folge die, ähm, den Bossfight. Und, übrigens, ganz kurz zum Schluss, ja, wir haben jetzt 40 Minuten, äh, ganz kurz zum Schluss gesagt, äh, ich werde wahrscheinlich in dieser Aufnahme-Session, wenn das meine Festplatte zulässt, falls ich's noch nicht gesagt habe, sag ich's jetzt, ich werde wahrscheinlich Overlord in dieser Aufnahme-Session durchziehen, weil, einfach weil, weil, äh, ich dann nicht so lange wieder auf die nächsten Folgen warten muss, weil das Aufnehmen ist bei mir immer das Problem, so, wenn ich Material habe, was ich bearbeiten kann, dann kann ich auch relativ schnell wieder neue Folgen nachlegen und deshalb, nur mal so gesagt, alles klar. Dann, würde ich einfach mal sagen, wir empfehlen dann fürs Einschalten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gebt dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und, sag bis dahin, ciao. Ich hab so lange mein Outro nicht mehr gemacht, ciao. Give me that, oh. Hier ist wieder bei Endos in der Salle, komm back to me. Let's go. So, und du bleibst, jetzt mal hier, Lili, genau hier. Oh, jetzt hängen wir schon wieder an. Los, 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 los. Ja. Ja, das lief ja alles mal wieder wunderbar, aber hey, ich bin so froh, das neue System zu haben und es soll jetzt einfach nicht nochmal vorkommen, dass so lange Pause ist. Also es waren ja jetzt bestimmt, also es waren mindestens zwei Monate, wenn nicht sogar drei. Also ein Vierteljahr und ja, in der nächsten Folge sage ich noch was dazu. Das habe ich jetzt ganz vergessen, aber in der nächsten Folge muss ich einfach nochmal was zur Community sagen, also hier auf dem Channel, die Community, weil, ja, das ist jetzt irgendwie untergegangen. Ich bin jetzt wieder einfach so reingegangen in die Folge, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was ich eigentlich sagen will und ja, so ist es einfach. Okay. Dann bis zur nächsten Folge und ciao. Dann bis zur nächsten Folge. Dann bis zur nächsten Folge.